Diese Herausforderungen lassen sich aber nicht allein durch IT-Lösungen erfüllen. Die Politik, Führungskräfte und die Beschäftigten benötigen vielmehr ein digitales Mindset. Was ich damit meine, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine neue Behördenkultur. Was ich damit meine, meine sehr geehrten Damen und Herren? Ja, wir sollten versuchen, die Menschen auf jeden Fall mitzunehmen, das habe ich gelernt, nicht nur an Konzepten festhalten. Open Government ist ein Teil der Demokratie und wir brauchen mehr Demokratie zwischen Verwaltung, Bürger und auch Wirtschaft und Gesellschaft. Dass die Verwaltung den Mut haben soll, Fragen zu stellen nach außen an die Bürgerinnen und Bürger und nicht immer denkt, nur wir machen alles richtig und wir müssen intern für uns im eigenen kleinen Kämmerlein an unseren Lösungen basteln, sondern rauszugehen, die Leute zu fragen, Lösungen sich zu holen, Vorschläge sich zu holen und dieses alles einfach größer zu denken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020